Herzlich Willkommen zu einer neuen The Forest Folge. Oh, da begrüßt mich gleich ein Vogel. Nein, ich wollte auch nicht trinken. Ah Gott, zack. Das kann... Jawoll, ich habe einen Lurch. Sehr schön. Ah, ich glaube das sind blaue Beeren. Sehr schön. Nice. Blaue Beeren sind ganz gute. Ich habe gerade falsche Beeren gegessen. Ich habe gerade beschissenes Wasser getrunken. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Pech. Nichts. Wo sind die Enten hin? Wieso ist hier ein Kopf? Achso. Wo sind die Enten hin? Sind die bei dir auch weg? Äh, ich glaube die sind weggeflogen. Nein, ich wollte eine Ente... ...essen heute. Scheiße. So kacke sowas. Ich habe jetzt... Auf dem Turm war nichts, hast du gesagt oder? Weil ich da jetzt nicht drauf war? Doch, doch, doch. Da wäre noch was. Dies ist eine, was weiß ich, was das war? Circuit Board oder was das ist? Und was war noch? Tischtennisball. Äh, nee, Tennisball. Ja, Tennisball braucht ja kein Mensch. Ähm. Ich bagge rum. Neuer Versuch. Ich sehe gerade, die Sonne geht langsam auch wieder runter. Das ist nicht so gut. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Fetten jetzt irgendwie ein bisschen. Das ist jetzt wirklich... Ja, wenn du jetzt im Dunkeln entgegenkommst. Oh, bei mir ist ein Snack, Geld... ...und eine Flair. Ich habe jetzt 14 Snacks. Das ist echt ganz gut. Abseits, dann kann man von denen relativ viel mitnehmen. Ja, das ist echt gut. Oh, was ist das? Pas... Ach, bleib doch da. Scheiße. Wollen wir jetzt zu unserer Basis zurück? Ja, so langsam. Hier ist ja noch so ein Ding. Voll versteckt. Ah, cool. Oh, alter der Wind. Alter, voll im Baum, alter. Das ist ja mal geil. Das ist geil. Aber... Hoffentlich gehe ich jetzt nicht runter. Aber hier ist nichts. Oder ist aber bei dir was? Irgendwas habe ich gerade... Coins habe ich aufgesammelt. Coins. 7 Coins, ja. Das war alles. Mehr nicht. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Na gut, dann runtersliden. Zaaaack. So. Also wenn es dann mal so komische Schritte macht, so wirklich... Dung, 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 da müssen wir laufen. Hahaha. Da ist ein Totem. Ne, halt kein Totem. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst vor die kleinen Viecher. Die sind voll schwach, aber die sind echt... Oh, da sind Pilze. Kann man die essen? Ja, Pilze können wir essen. Es wird langsam wirklich dunkel. Wir begeben uns langsam mal nach Hause, würde ich sagen. Äh, langsam? Ich wäre für schnell. Lauf um dein Leben. Da wäre ein Reh... Ach, scheiß drauf. Wir haben... Die will ich mitnehmen. Da wäre es. Hakezack. Das ist eine Aloe Vera gewesen. Jawoll, nice. Jawoll, ja. Sehr schön. Hast du noch was? Das ist noch eine Aloe Vera? Scheiße. Ja, bei mir. Das sind... Ne, den brauche ich nicht. Leg mal einen Zahn zu. Einen Zahn zu? Oh nein, okay. Vergiss es. Koffer. Jawoll. Verdammte Kacke. Okay, warte. Dann nehme ich jetzt mal. Normalerweise würde ich mich über Koffer freuen, aber wenn ich tagsüber kommen will... Ja, komm schon, das muss jetzt sein. Ja, aber... Da ist ein Kleidungsstück und so drin, ey. Eben, die sind voll wichtig. Leben ist wichtig, man. Ja. Hakezack. Ja, Stoff ist echt wichtig. Ja, irgendwie schon, ne? Extrem wichtig. Hätte ich nicht vergessen. Hätte ich nicht vergessen. Da ist so viel Alkohol drin in den Zahn. Ja, die... Also Alkohol gibt es ja echt nicht Massen, ne? Also... Ich weiß nicht, ob man die später vielleicht wirklich... Unmengen braucht, dann freut man sich vielleicht, aber... Bis jetzt ist es ein bisschen nervig. Pass auf, habe ich irgendeinen Koffer übersehen. Da habe ich noch was. So, jetzt sollte man vielleicht langsam. Hast du da irgendwas geöffnet oder so? Okay, weiter geht's. Weil es ist echt langsam ein Stock finster. Wir dürfen uns jetzt nicht verlieren. Wir sind jetzt voll am Arsch. Sonst sind wir voll am Arsch. Aber ich glaube, wir sind hier... Hier haben wir eh schon alles abgeholzt. So weit... So weit waren wir gar nicht, ne? Dafür, dass wir fast zwei... Aber dafür haben wir echt viel gefunden, jetzt. Ja, und wir waren zwei Nächte unterwegs, ne? Gut, wenn man so sieht, ne? Juhu, endlich daheim. Und kein Monster ist das. Warte, ich mache erst mal das Feuer an, dass wir wieder was sehen. Ich häng schon mal das meiste zum Trocknen hin, ne? Ja, ich auch. Zehn, zehn. Ich glaube, wir bräuchten es fast sogar schon mal bald zum zweites Trocknungstelle. Alter. Dreimal nicht. Jetzt weiß niemand, wo mich mein Zeug hinhängen soll. Es war ja wohl alles. Nein, da geht noch eins. Da geht noch eins. So, ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe nur noch diese kleine, aber die kann ich immer nicht kennen. Zehn, zehn. Da sind das Trecip. To upgrade weapons. Zehn. Okay, ich glaube, jetzt ist das echt voll, ne? Das Ding. Ja, ich glaube, das ist voll, ne? Hammer geil. Oh, warte, da ist noch Platz. Zehn. Wunderbar. Geil. Wieder voll. Richtig haben wir. Da können wir auch mal wieder ein bisschen voll machen, oder? Der Alkohol, ne, er nicht. C. Stimmt, ja, da können wir auch wieder ein bisschen. Da müssen wir vielleicht in Medizin reinhauen. Ja, ich weiß nicht, Medizin will ich gerne bei mir überhalten. Na gut, ich habe eh nur noch fünf Jahre dran. Ich habe nur eins, weißt du? Medizin. Oh, okay, ja. Medizin habe ich irgendwie nicht so viel gefunden. Ach so, ich speichere es, ne? Ja, genau, deswegen sind wir eigentlich hergekommen, ne? Ich mach mal mit. Gut, jetzt haben wir echt erstmal eine schöne Jagd gemacht, das... Also, es hat ja vorhin geregnet, jetzt. Ah, es ist voll, ja, sehr schön. Echt. Richtig nice. Warte, ich tue mal meine Wasserflasche nochmal ganz kurz auf. Ja, genau, das ist ne gute Idee. So, die ist schon mal voll, sehr gut. Alter, wir sind ja so lange voll die Spezialisten zum Survivalen hier, echt. Voll geil. Ja. Endlich. So, ich werf mal die Waffe dahin, weil die brauche ich nicht. Scheiß Kopf-Ding da. Gut, aber die ist echt stärker normalerweise, ne? Ja, aber die ist so langsam und so. Ich habe da so einen verbesserten Stab gemacht. Upgraded Stick. Der ist irgendwie ein bisschen besser. Ja, na gut, wie schaut es jetzt aus? Mit Baumharz kann man Waffen verbessern, aber ich weiß es gerade nicht, wie... Ja, mit Baumharz und Federn und so, glaube ich, war das. Ah, ja. Ah, okay, mit Federn, ja. Tatsächlich. Warte, ich mache das lieber. Ich verbessere mal meine Axt, glaube ich. Burning-Blain-X, Orange-Blain-X, Blue-Blain-X. Ja, ich habe es jetzt auch mal verbessert. Oh, Mann, Alter. Das ist groß. Hä, was kann ich denn alles machen? Ja, das ist auch komisch. Ja, das ist auch komisch. Mögen-Movement. Hä? Was ist das? Exit. Ach, da musst du die Federn platzieren. Das ist geil. Oh mein Gott, Alter. Äh, wo tue ich die? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, sorry, aber das ist schon ein bisschen unlogisch. Ich weiß, wie viel schneller wird wenn dann Federn sind. Das sind nur blöd. Also, wie viele Federn? muss man da bitte dranhauen ja unten du kannst so viel fede dranhauen wie du willst unten ist deine leiste da wird es verbessert da siehst du immer wie dein balken besser wird ja aber was was macht denn der balken was sagt mir der ich glaube geschwindigkeit oder ja warte ok die ganzen federn die sind so selten ich möchte das vielleicht ich hab federn jawoll sacks sacks alter wird alter wie schnell es geht so ich glaube ich habe jetzt eros jawoll ich habe jetzt die feine feiler nein ist geil jawoll kann man da genau was kann man mit zielen ordentlich ja ja versuche den vogel hinten abzuschießen der hat landet der vogel da direkt vor mir er müsste kein vogel verdammte scheiße ich habe ihn ja bei mir wurde ich kein vogel halt ich habe 16 leuchtfackeln alter hoch ich habe jetzt doch die ganzen federn meiner ich habe 16 ich habe eins zwei drei vier ich glaube ich habe vier das mit c kann man die wieder weg tun naja ich weiß schon was habe ich auch schon ja lass ich halt die federn mit was kann man den den skull das frage ich nicht hat das versuche jetzt mal was das cape apropos ich habe jetzt so viele dinge ich weiß stick und schädel dann halt da richtig nice hier das ist dann hast dann hat man die waffe von dem einem typen oder richtig geil ich pflanze mir was ein was soll ich mir einpflanzen ich kann das nicht erkennen was das ist aloe vera die komische lila pflanze oder c was ist das für eine pflanze ich pflanze mir eine aloe vera ein dann pflanze ich mal sowas ein was auch immer das ist dann pflanze ich mal sowas ein ach krack drauf ne aloe vera tue ich auch noch halt ich habe voll hunger man muss was essen sehe ich gerade mal so nebenbei ok 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 wenn man schon schädel nimmt mit dem stick die waffe ist ziemlich gut macht extrem viel schaden kann sehr gut block was die waffe von ihm da nee 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 wenn man die selber jetzt kraftet an so dick und schädel die ziemlich mit auch schon federn her hast du auch hunge ne ich habe vorhin das gott bären gegessen zur berlin auf den club kann man wie schafft man es dass die bürner mit einer flair ne ich habe es auch schon probiert ich wollte auch was nachgucken burning kraft ich habe keine ahnung ja ich behalte das mal kann ja nicht schaden es gibt auch ne bären tasche ne da kann man bären sammeln ja die will ich ja die ganze zeit machen aber dafür braucht man zwei äh zwei rabbit skins ja fire torch stick und cloth molotov cocktail kleidung und alkohol um aber für die bombe braucht man das circuit board das ist das wort kruckmann okay es ist das denn ja was ist das gehen wir auf die skulden was über decorations und dann auf die skulden was ist das für ein zeichen was nur fünf mal braucht ach ich glaube das ist harz ach so ein stick ein toten schädel ein harz skulden könnt hart sein wenn man drauf drückt ein stick ein stick wollen wir jetzt eigentlich mal über diese hütte eigentlich mal ein dach bauen oder eher unnötig ich weiß es nicht hast du dann auch du deinen stick auch mit zähnen das ist jetzt richtig und dann Das ist ein Stick, Harz ist es nicht. Was ist das denn? Hast du deinen Stick auch mit Zähnen verbessert? Mit Zähnen? Ja, das geht. Das wollte ich nicht. Nein. Exit. Das wollte ich echt nicht. Du kannst da Zähne bauen. Das ist dann so. Ach so. Das ist dann sowas wie eine Keule. Weißt du was ich meine? Ja gut, ich habe echt viele Zähne. War ja eigentlich immer interessant, ne? Aber es wird irgendwie nicht verbessert, wenn ich da die ganzen Zähne trufe. Ich will eine Skull-Lamp hinbekommen, aber ich verstehe nicht, wie das ist, wie das geht. Was ist das? Das sind doch drei Sticks, ein Schädel und fünf Haar. Jetzt passen wir nochmal auf. Als Inventor. Eins, zwei, drei. Sticks. Ein... Aber das Harz funktioniert nicht. Ein Totenschädel? Ne, das geht nicht. Das nervt mich richtig. Das fuckt mich voll ab. Okay, der Speed geht gerade voll nach unten, aber der Schaden extrem hoch. Ach, sind wir schon wieder hell. Oh, ich fühle mich hungrig. Ich kriege gerade voll Paar. Ich verstehe nicht wieder was. Ja, kurz sagt. Kann man den auch noch drehen, Speer? Oh yeah, nice. Alter, wie viele Zähne habe ich denn, Alter? Ich hatte irgendwas mit 78, jetzt habe ich nur noch 52. Ich habe meinen Stick immer schön aufpoliert. Wenn ich immer schön plocke und dann drauf haue, ist, glaube ich, ganz gut hauen. Damage ist immer noch viel geringer eigentlich. Ich habe ja nur zur Not Waffe mal. Was mit der Skulllamp verstehe ich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was das sein soll. Das ist doch Items Needed. Ist das ein Stick oder was ist das? Ich raff das nicht. Warte mal kurz. Das ist drei Sticks, ein Schädel und fünf Harz. Glaube ich. Denke ich jetzt einfach mal, ja. Aber es geht nicht, kommt bei mir nichts raus. Irgendwie geht das nicht. Oh, okay. So geht es natürlich auch, ne? Was denn? Einfach draufklicken, dann baust du es. Ach so. Geil. Ach so, natürlich, ja. Dumm. Das muss man nicht craften, das baut man ja. Das habe ich jetzt total vergessen. Was braucht man denn? Cool. Die brennt jetzt eigentlich die ganze Zeit durch, ne? Das ist natürlich... Ich weiß nicht, ich hoffe es. Ja gut, die... So was könnte man natürlich jetzt außenrum... Naja, wohl... Ich weiß nicht, ob das die anlockt jetzt so oder ob das die suboptimal ist. Auch das, da weiß ich gar nicht, ob das suboptimal ist. Wir werden es wahrscheinlich bald herausfinden. Ja, wir werden es ja rausfinden. Ähm, folgen Ende so langsam? Ja, ich glaube. Die Folge fand ich jetzt gar nicht mal so spannend, glaube ich. Die war jetzt ein bisschen fahrt. Wir haben nichts gebaut, nichts erforscht. Wir waren die ganze Zeit nur am Lager, glaube ich. Und haben eigentlich... Ja, wir sind ein bisschen zurückgelaufen und so. Koffer gefunden, das hält sich spannend. Genau, speichern. Und meine Upgraded Axt, Alter, mit den Federn drauf. Sieht irgendwie komisch aus. So. Alter. Alter, was ist das denn? Ich habe Zähne draufgepackt. Ich habe nur an dem Stick Zähne draufgepackt. Ja, was bringt denn das am Stick hier? Ich weiß nicht. Ja, das probiere ich dann mal nächste Folge auch mal aus. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao. Ciao.